Was geht ab, Leute? Nöderleut Games und willkommen zurück zu Dishonored. Wir müssen zurück zu Samuel. Wie stellen wir das am besten an? Hm, alles ist hier wirklich extrem gut bewacht. Wir gehen erstmal wieder hier lang. Teleportation. Moment. Genau. Wow. Die Stadt sieht schon echt extrem geil aus. Kann man nicht anders sagen. Schön, dass meine Schritte auch so leise sind. Gut, dass ich das geupgradet habe. Wir gehen eigentlich theoretisch über die Mauer und dann da runter. Wirft der Trollboy hier lang? Der bemerkt mich von da hinten? Oh mein Gott. Ja, der checkt die Lage wieder. Da ist Samuel, da unten. Der wartet garantiert. Boah, das können wir nicht schwimmen. Das wäre ein bisschen weit. Oh Gott. Oh Gott, der Trollboy. Oh, shit, 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 das wird knapp. Oh, gib los hier weg. Ja. Ich lad ja schon. So eine Scheiße. Okay. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Der hat eine riesige Reichweite, der Trollboy. Andere Idee. Jetzt sind wir das Ding mal außer Kraft. Dann leuchtet das schon wenigstens nicht so rum. Jetzt müssen wir handeln. Ah, der hat mich entdeckt. Egal, egal. Geht erst mal hier weiter. Moment. Ich hab garantiert Runen vergessen. Wieder. Fuck. 35 Meter. Die ist hier um die Ecke. Die können uns krallen. Aber das lohnt sich nicht zurückzulatschen. Da kann ich auch gleich wieder laden. Müssen wir uns das Leben auch ein bisschen einfacher machen. Okay. Die Rune ist da drin. Die können uns direkt krallen. Das ist nicht das Problem. Und eine Rune war hier noch drin. Ah, hab ich die vergessen mitzunehmen? Moment. Checken wir eben, ob die hier drin war. Knochenartefakt? Nee. Ich hab beide Runen hier mitgenommen, sag ich ja. Das heißt, die muss draußen sein. Runen sind arschwichtig in dem Spiel. Aber wo könnte die sein? Ich denke nicht, dass man da irgendwie weitergehen kann oder so. Hier hinter, sagt er mir. Vielleicht kann man... Moment, ich hab ne Idee. Kleine Vermutung. Ganz klitzekleine Vermutung hab ich. Okay, wir könnten uns... Erstmal kurz speichern. Könnten uns theoretisch... So, Moment. Da kommen wir wieder... Nee, dann geht's gar nicht außenrum. Fuck. Wo könnte die Rune sein? Da oben? 86 Meter, aber wo lang? Das ist die Frage. Scheiße. Hm. Also, drin ist die nicht. Das haben wir schon gecheckt. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Vielleicht kommen wir da noch irgendwo lang. Eine Tür oder so. Hm. Noch nicht in Anschein. Boah, ich hab ich kein blassen Schirm, hab ich da hinkommen. Der denkt sich auch nix. Braucht erstmal ein. Lauf hier mit so einem Herz in der Hand rum und ein Schwert. Gut zu wissen. Ja, die Rune weiß ich ja, wo die liegt. Wie kommen wir dahinter? Gehen wir vielleicht mal oben auf den Tower? Mit dem Licht? Gucken wir mal. Gut. Das Ding wird mal nachstehen. Jetzt muss ich nur wissen, wie man dahinter kommt. Ja, der Torboy ist sicher. Gehen wir mal hier hin. Da sind auch noch Wege. Da könnten wir vielleicht lang gehen. Dann krallen wir uns erst die Rune, würde ich sagen. Und dann, ähm... Die aber... Hm. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir uns einfach da hoch teleportieren? Müssen alle Sachen so ein bisschen austesten. Nee, auf gar keinen Fall. Du siehst gar nix. Oh, was? Der hat mich gesehen? Ja, klasse. Pussel mich auch direkt da runter. Gut, gut, gut. Oder schlecht, schlecht, schlecht. Moment, geht's hier noch weiter? Nö, nö, nö. Der lässt uns aber auch nicht hier hoch. Ich hab keine Ahnung, wo das sein könnte, ehrlich. Weil wir waren gerade drinnen, habt ihr selbst gesehen. Da ist keine Rune. Ich kann vielleicht noch einmal reingehen, aber da war keine. Ja, wir gehen nochmal rein. Wir haben schon gecheckt. Und ich hab auch zwei Runen da rausgeholt. So, da haben wir nur das Knochen-Artefakt, was mich eigentlich nicht juckt. Ich find den nicht so wichtig. Und Haupteingang des Towers. Mehr ist hier nicht. Hm, hm, hm. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo hier so ein anderer Weg noch sein könnte. Okay, wir gehen erstmal hier runter. Gucken uns da ein bisschen um. Ich denke, hier vielleicht... Da scheint ein Tor zu sein. So ein bisschen hüpfen, weil er nicht groß genug ist, um drüber zu sehen. Guckt euch an, wie der sich umgegräht hat. Ja, ich will ihn nicht umbringen. Scheiße. Ich war auch noch am Schleichen. Wollen wir mal Gas geben. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hier. So, diesmal nicht, Freundchen. Bosse, Bosse. Hört sich einfach rum. Okay, warum jetzt liegt hier? Lassen wir den erstmal liegen. Das scheiß Dienstmädchen könnte den sehen. Hörst du zu deinem eigenen Wohl. Da haben wir ein Buch. Wunderschön. Essen. Okay. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwell Tower verboten. Genau, wir haben einen Schlüssel für eine Schleuse, kann ich mich erinnern. Den haben wir auch schon mal benutzt. Hier geht's auch noch wohl lang. Jetzt mal runterkicken. Was ist denn da? Herz. Hier geht's auch noch durch. Ratten. Na, da klacken wir hier nicht durch. Verdammt. Das Ding ist nicht aktiv, glaube ich, oder? Speichern wir. Nö. Sieht man ja durch die Blitze. Da ist die Rune. Da müssen wir irgendwie hinter. Hm. Scheiße, scheiße, scheiße. Extreme Scheiße. Würde so gern wissen, wie wir dahinter kommen. Da ist dieses Tor. Das ist rot. Vielleicht haben wir da oben irgendeine Steuerung, die ich übersehen hab. Kommen wir nicht durch. Wir haben auch keinen Wagen oder so. Alles langsam erforschen. Ganz, ganz wichtig. Oh, ja. Mein Gott, ich hab so lange keinen mehr getötet, um ehrlich zu sein. Nur so aus Not wär mal, aber ansonsten. Ich muss sie bitten, mit ihren Männern zu sprechen. Laut Aussage, dass ein Offizier vom Dienst traf sich dort mit den kaiserlichen Befrager. Hm. Ja, der Foltermeister ist tot. Hätten wir schon vorher lesen müssen. Nö, nö. Ich hab keine Ahnung. Moment, können wir da vielleicht hoch? Dann da irgendwie rüber? Habst du das Gefühl, dass wir nicht so irgendwie da rüber sollten? Komm aber auch nicht wirklich hoch. Das Spiel lässt uns auch nicht rüber. Das ist garantiert eine unsichtbare Wand, falls wir da hinkommen. Egal, fuck it. Wir haben genug gesucht. Die Lösung ist garantiert ganz einfach. Man muss sicher irgendwo nur so ein bisschen hochklettern. Naja, ist ja auch egal. Nur eine Rune. Schnappen wir uns die Rune, die hier unten war? Und da. Ah, der Tollboy. Ach, du Scheiße. Wo kommt der denn her? Hätte der denn noch gesehen. So, wo war jetzt die Rune? Da. Meins. Jawohl. Das würden die alle mal hier schön pennen. Wir verdüsen uns mal hier. Ja, der Scheiß Tollboy. Ich weiß. Der kann aber auch weit sehen. Ah, Gott. Ich wurde ge... Oh, mein Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Der Tower hat mich gesehen. Gut. Gefahr gebannt. Aber der Tollboy nervt. Der schießt sogar noch. Ja, da kommt schon einer runtergerannt. Gut, dass wir's upgradeet haben. Überhaupt keine Bolzen mehr. So und nicht so zu kämpfen. Hat der uns gesichtet? So schnell? Wow. kam nur ein Geräusch. Und fallen. Oh. Doch so heftig gefallen. Hat sich's denn wenigstens gelohnt? Nee. Fuck. Egal. Wir schwimmen oder auch nicht. Autsch. Autsch. Wie komme ich da jetzt weg? Genau am miesen Zeitpunkt richtig dämlich gespeichert, ehrlich gesagt. So, ich denke, die Gefahr ist jetzt gebannt. Gehen wir hier runter. Ich will nicht unbedingt den Fallschaden kassieren. So ist gut. So ist gut. Moment. Das braucht keine Torsteuerung oder so, ne? Um das Tor da offen zu kriegen oder so. Nein, dieses Teil steht da garantiert nicht umsonst. Moment. Fuck, das Ding ist explodiert? Naja, rein wollte es auf jeden Fall nicht. Da unten stehen auch noch ein paar Viecher. Naja, rein ging's nicht. Ist irgendwie kaputt. Also muss man ja schließlich nichts drücken. Das macht er automatisch. Nehmen wir noch mehr von den Dingern. Der ist sogar leer. Der ist voll. Hm, sonst ist er aber wirklich nix. Naja, okay. Nur noch am Tollboy vorbei. Speichern wir mal eben. Oh, der ist ganz schön weit weg. Das gefällt mir doch gut. Oh, da oben haben wir noch so ein Viech. Das ist der von vorhin. Da kann ich nicht durch. Ich hab das Ding nicht deaktiviert. Mit allem müssen wir auf so einen Tollboy springen und den komplett zermetzeln. Ich weiß, dass das geht. Speichern wir mal zwischen. Wie viel denn echt nicht bekämpfen? Guck mal her.